Hallo zusammen, ich habe hier einen Transcooler, einen Transportkühler für Kleinlieferwagen. Also der passt zum Beispiel VE Caddy, Opel Combo, Citroën Berlingo, Renault Kangoo, Dacia Docker, Vane, Mercedes Zitan, Ford Courier, Fiat Doblio und dem Peugeot Partner, passt der hinten rein. Durch das habe ich einen Kühlschrank im Auto, der sieht dann innen so aus, ich habe oben einen Kühler und ein bisschen Platz für Ware. Ich habe eine Innenbeleuchtung als Option und so habe ich einen Kühler oder Tiefkühler. Ich kann ihn einstellen von minus 25 Grad bis auf Plus. 10 Grad. Ist im Prinzip ein kleiner Kühlraum, den ich hinten ins Auto reinschieben kann. Ich habe einen Türkontaktschalter, sobald ich die Türe aufmache, geht der Kühler aus, beziehungsweise der Lüfter und die Innenbeleuchtung hier als Option wieder an. Wir haben ja heute das Problem bei den modernen Autos. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder habt ihr noch einen Verbrenner mit dem Euro 6 Motor mit einer intelligenten Ladekennlinie. Das heißt, die Spannung geht hoch, die Spannung geht runter. Wenn ihr auf die Bremse steht, geht die Spannung hoch von der Lichtmaschine und die Lichtmaschine bremst oder hilft zu bremsen. Das heißt, der Strom wird in die Batterie gespießen. Und wenn ihr dann gemütlich auf der Autobahn fährt, dann fällt die Spannung teilweise bei den Fahrzeugen auf 11 Volt runter. Dieser Kühler, als Tiefkühler sowieso, braucht er bis zu 500 Watt Spitze von der Lichtmaschine. Bei 11 Volt kriegen wir das nicht mehr raus aus der Batterie. Das heißt, der Kühler steigt aus. Er steigt wankt wieder an zu laufen. Er kommt nicht auf Temperatur. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, ihr seid modern und habt so ein Elektroauto mit Atomstrom betrieben. Wenigstens in der Schweiz, weil in der Schweiz haben wir ja viele Kraftwerke mit Atomstrom. Also ihr sind unweigerlich, tankt ihr so ein Elektroauto mit Atomstrom. In Frankreich wird es auch mit Atomstrom hergestellt und in Deutschland kauft ihr französischen Atomstrom. Punkt. Da haben wir das Problem, dass wir eine kleine Batterie haben für das Fahrzeug. Die können wir nicht anzapfen, weil von der Hochstrombatterie zu wenig Leistung in die kleine Batterie kommt. Wenn sie in den Scheibenwisch und die Lüftung laufen lässt, habt ihr auch keinen Strom mehr. So haben wir das Problem, dass wir ein Blackout haben im Auto. Das heißt, unerhoffter Stromausfall. Wir sind jetzt mittlerweile in die Richtung gegangen, dass wir das nicht mehr handeln können mit diesen zwei Autos. Und die alten Autos, die laufen aus. Das geht auch nicht mehr. Die alten Transcooler habe ich eingestampft. Die Reihen auf 12 Volt liefen. Das war super, aber die grüne Politik hat es ja jetzt verbockt. Wir drehen das Teil um. Also das Teil steht hier auf dem Wagen. Das geht nicht mehr viel weiter. Wir haben jetzt hier ein Anschlusskabel. Wer das kennt, das ist, das Teil geht nach Österreich. In Österreich haben sie diese Stecker. In der Schweiz kriegen wir einen anderen. Und so kann ich den direkt auf 230 Volt anschließen. Zum Beispiel hier. Problem ist, wir haben einen Moment, bis das Ding, weil wir hatten jetzt einen Stromausfall, theoretisch. Und es geht einen Moment, bis das Ding bereit ist. So kann ich das Teil stationär betreiben. Aber da euer Anschlusskabel zu kurz ist, müssen wir dann eine andere Lösung finden. Ein Wechselrichter auf die Batterie zu hängen, der dann uns 230 Volt produziert, das geht auch nicht, weil der Wechselrichter geht auch in die Knie, weil er zu wenig Leistung hat. Jetzt fängt er an zu laufen. Wir haben jetzt hier 14 Grad. Das ist die Temperatur, die drin ist. Es fängt zuerst der Lüfter anzulaufen. Das ist ein rechtliches Problem mit Treffen dem Kältemittel. Und ein bisschen verzögert, jetzt kommt der Kompressor. Nachher kommt der Lüfter innen drin und dann geht das Teil runter. Wir sehen von der Temperatur her, jetzt haben wir knappe 14 Grad. Ich bleibe dran. Wir lassen ihn laufen, obwohl vom Geräusch her natürlich ein bisschen lauter. Im Auto drin, wegen der komischen, keine Stromversorgung, gehen wir mittlerweile auf eine Batteriebox von uns. Die Batteriebox, die hat den Vorteil, ich habe Strom. Ich kann die dann auch im Stand über ein Ladegerät laden. Wir sehen die Temperatur, die hat jetzt bereits 11 Grad. Das Ding hat gewaltig Leistung, weil es eben ein Tiefkühler ist und wir auch damit rechnen müssen, dass wir mal 50 Grad im Auto haben. Wenn das Auto an der Sonne steht, heute moderne schwarze Autos, sowieso, und dann brauche ich hier Leistung, dass ich das Volumen runterkriege. Das heisst, ich brauche auch Strom. Wir sehen, wir haben 9 Grad. Bei 5 Grad habe ich jetzt eingestellt, ich habe hier die Bedienung, wie man die Temperatur einumstellt. Von dem her sollte das bei 5 Grad ausgehen. Hier habe ich zum Beispiel das Ladegerät für diese Box. Dann kann ich im Stand Kabeltrommel rausziehen ins Auto und dann kann ich diese Box laden. Und so bin ich im nächsten Morgen wieder einsatzbereit und kann damit rumfahren. Wir haben hier jetzt 5,3 Grad. Ihr seht von 14 Grad runter. Ich habe das Video extra nicht geschnitten. Gehe noch ein bisschen weiter, weil er schaltet ab, ein bisschen tiefer. 5 Grad haben wir eingestellt, er geht runter, 2,5 Grad unter die eingestellte Temperatur und bei 5 Grad kommt er wieder. Wir haben also massive Leistung beim runterkühlen. Mit dieser Box hier läuft, also mit dieser Batterie mit dem Wechselrichter integriert, das passt zusammen, haben wir eine Laufzeit von etwa 4 Stunden bei Tiefkühlung und etwa 14 Stunden bei Normalkühlung. Hängt natürlich von der Außentemperatur ab oder von der Innentemperatur im Fahrzeug. Dann ist das ganze Teil ist auch smart, das heißt wir könnten übers Handy hier einloggen, der Link ist hier auf der Seite. Auf dem Handy können wir die Temperatur anzeigen, was macht der Kompressor und so weiter und so fort. Also das heißt, wenn jemand vorne im Auto sitzt und nicht hinten reinschauen will, dann kann er vorne schauen, ja hier ist es. Dann wenn jemand länger unterwegs ist und sagt, ich brauche das nur sporadisch, haben wir hier bei dieser Batteriebox einen schwarzen Stecker. Der ist geschaltet über eine Trennrölle, das heißt wir haben hier ein Kabel dazu, das muss man verlegen im Fahrzeug, ist relativ dick. Das ist das Kabel, das muss man vorziehen auf die Batterie und dann kann ich hier die Batterie hier laden. Der Nachteil ist, wenn ich dann wieder geradeaus fahre, die Spannung fällt zusammen, dann hängt uns hier das Rölle ab und die Box schaltet nicht aus, aber die Ladung schaltet aus auf die Box. Sobald die Spannung wieder hoch geht, kommt sie wieder und dann ist das so ein Hin und Her. Der Vorteil mit der Batterie haben wir permanent Strom für dieses Kühlackgarten. Wenn ich so eine intelligente Ladekennlinie habe und ich dauerhaft Strom bringen will, dann kommt ihr nicht dran vorbei, zum Beispiel so einen Ladebooster einzubauen, von der ersten Batterie auf die zweite Batterie, das ist die zweite Batterie. So haben wir permanent den Strom von vorne nach hinten und wir können permanent diese Batterie laden. Für Kühlung reicht es, bei Tiefkühlung, sehr hohen Außentemperaturen, habe ich ein Defizit, wenn ich viel Pause fahre. Wenn ich da permanent fahre, permanent kühle, ist überhaupt kein Problem, da habe ich permanent Strom von der Lichtmaschine. Nur mit dem Ladebooster, der wird geschaltet über die Zündung oder über den Motor, also D+, Klemme 15, sobald der Motor dreht oder die Zündung ein ist, lädt er. Wenn ich natürlich ausschalte, die Zündung ausmache, dann leert er auch nicht mehr, aber die Kühlmaschine zieht weiter Strom. Das heißt, vom Strommanagement her ist es bei den heutigen Fahrzeugen ein Problem, dass wir den Strom kriegen für solch eine Kühlmaschine. Ihr habt gesehen, wie schnell das sie runterkühlt, sie bleibt jetzt auch runden, sie braucht jetzt auch keinen Strom mehr. Das Kabel hier ist hier bei dem Lieferumfang dabei. Der Kunde hat ein altes Fahrzeug, der braucht das momentan nicht. Das Thema ist, wenn er dann umrüstet auf ein zweites oder auf ein neueres Fahrzeug, dann kriegen wir die Stromprobleme. Jetzt sagt jeder, ja, so eine Kiste kostet Vermögen. Das Problem ist, hier liegen wir bei 4,6. Das teuerste ist die Batterie mit dem Wechselrichter. Da liegen wir bei 2,5. Also das komplette Paket lässt es euch offerieren. Das kostet um die 6.200 Euro plus Mehrwertsteuer. Der ist ein Österreicher, der hat eine Umsatzsteuer-ID-Nummer, der zahlt keine Mehrwertsteuer und die anderen Gewerber, die können das zurückfordern. Ja, das ist es. Ein leistungsfähiges Kühlaggregat, eben über Smart, kann ich auf die Batterie zugreifen. Ich kann auf die Kühlmaschine zugreifen, zeigt mir an, was es ist. Das hier ist ein Aggregat von RivaCold. Steht hier auch irgendwo, RivaCold, auf der anderen Seite. Und die sind ursprünglich nicht gebaut für den mobilen Einsatz. Wir haben das Gerät jetzt umgebaut für den mobilen Einsatz, Vibrationen und eben Betrieb über den Wechselrichter. Ist auch hier dann vermerkt auf der Seite, dass das Teil modifiziert wurde. Wir haben auch den großen Range von plus 10, 15 Grad bis auf minus 25 Grad. Ich kann also die Box flexibel als Kühler oder auch als Tiefkühler einsetzen. Die alten Transkühler mache ich auch ein Video, wie ich die Formen vernichte, weil aus EU-Gesetzgründen. Ja, die Bürokratie schlägt auch hier an. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich wünsche euch die робote Woheine. Und ich wünsche euch die hopefully.